Was geht ab Leute? Willkommen zum zweiten Tag der Mario 64 Offensive. Nochmal so eine kleine Rekapitulation, wie es gestern ausgegangen ist. Wir haben gestern 6 Minuten gut gemacht. Meine PB war vorher auf 1,24, jetzt ist sie auf 1,18. Und wir hoffen, dass wir heute wieder ein paar Minuten gut machen, denn unser Ziel ist es, Sub 1 zu kommen. Wir starten einfach, wir starten einfach. Okay, let's fucking go. Es kann nicht sein, dass ich den immer reinscheiß. Oh mein Gott, wo gehe ich lang? Ich wollte nicht lang, oh mein Gott, das war gerade pure Muscle Memory, weil ich gerade am reden war. Oh mein Gott, scheiße, ich wollte eigentlich zum Arsch heiß drauf. Oh nein. Hör auf, hör auf, oh mein Gott. Was ist das Problem? Oh mein Gott, was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Scheiße, scheiße. Ach du Scheiße. Jetzt schaffe ich es. Dankeschön. Nein, oh Digga. Digga, oh nein. Kannst du keinem zählen, oh mein Gott. Diese Welt ist ja richtig für den Arsch. Scheiße, wir sind im Plus. Ah, ich muss noch zwei Sterne holen in der Welt, fuck. Digga, fragt mich nicht, was hier jetzt schief gelaufen ist. Einfach plus 52 im zweiten Split. Ah, fuck. Wie kann man zu tief fliegen? Normalerweise fliege ich immer drüber, wow. War sein Scheiß, Mann. Okay. Jetzt konzentraten. Oh mein Gott, bis jetzt läuft es gut. Digga. Stabile Bowser-Welt, holy shit. Stabile Dark World, was denn jetzt? Okay, komm. Bowser-Throw. Oh Gott, oh perfekt. Alter, Bowser wurde hier richtig zerstört. Ah, nein. Nein. Oh ja, heizt's Maul, heizt's Maul. Nein, ohne Sinn. Geh verrecken, Arsch. Das sind unnötige, oh, unnötige Sekunden. So, jetzt bin ich hier ultra vorsichtig. Ich wollte zu dem hier. Was ist denn jetzt los? Ich habe noch nie bei diesem Scheiß Stern verkackt. Oh mein Gott. Was? Warum lässt er den denn los? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann es nicht fassen. Scheiß auf diesen Run. Wir machen nochmal neu. Diesmal verkack ich auch hier diesen Clip hier nicht und so. Neuer Run, neues Ich. Oh Mann! Es kann nicht sein. Ist okay. Boah. Oh Gott. Dadurch, dass ich beim letzten Mal Bowser so verkackt habe, habe ich hier aber immer guten Plus. Ich musste mal wieder bei Vodafone anfragen, ob da eine neue Netzstörung ist. Und den Bowser an der Stelle auch wieder absolut in First Fight. Nein. Bei der einfachsten Scheiße. Ja! Oh Gott. Das war sehr, sehr stabil. Holy shit. Die Welt ist auch eigentlich so leicht. Aber nicht, wenn man erst in die Welt... Nein! Nicht, wenn man gar nicht erst in die Welt reinkommt. Nein! Nein! Okay. Sorry, liebe Believer. Das war es dann an der Stelle komplett. Das hätte, glaube ich, sogar ein Gold Split werden können. Aber wenn ich hier einfach runterlaufe wie ein kleiner Bastard, dann wird das leider nichts. Oh mein Gott. So was ist immer am unnüchsten. Oh nein! An alle, die... Also, ihr habt es ja jetzt nicht gesehen wie in dem Lag. Ich bin da einfach runtergelaufen. Wahrscheinlich besser, dass ihr es nicht gesehen habt. Sehr stabil, aber... Wir sind halt... Wir haben halt wirklich Zeit wieder gut gemacht. Und ich weiß nicht, wie das sein kann. Obwohl ich so hart reingeschissen habe. Let's go! Yo, wie viel Zeit haben wir wieder gut gemacht? Obwohl ich krepiert bin. Ja, läuft stabil. Yeah! Wir haben Zeit gewonnen. Und oh mein Gott, der Bowser wird jetzt zerstört. Hu, hu, hu. Ich bin ready. So viel dazu. Uh, aber das war stabil. Ja, komm, ich darf einfach nur nicht sterben. Da haben wir trotzdem viel Zeit gut gemacht. Wie kann ich hier die ganze Zeit... Nein! 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 Oh! Oh mein Gott! Kannst du mal aufhören? Die ganze Zeit so knapp am Tod zu sein? Oh. Oh mein Gott! Es ist gerade so eine Achterbahn der Gefühle. Es tut mir leid. Wir haben einen Stern, ey. Ich darf nicht gegen ihn laufen. Okay, gut. Ah, perfekt. Ah, wieder alles gut gemacht. Wieder alles gut gemacht. Boah! Da habe ich buchstäblich mit dem Feuer gespielt. Holy shit! Boah, minus 2 Minuten 20. Aber es war auch gerade fast perfekt, wie ich diese Welt hier gespielt habe. So kann es gerne weitergehen. Oh mein Gott! Es ist so geisteskrank knapp hier die ganze Zeit. Halt dich da fest, Bro. Junge! Hä? Muss ich hier so machen, oder was? Ja, okay. Digga. Ja! Oh mein Gott! First Strike! Also diese Welt geisteskrank. Ich darf jetzt hier nicht choken. Dann wird es eine saftige Pibi. Oh mein Gott! Es läuft gerade viel zu gut. Warum läuft es so gut? Es macht mich nervös. Minus 5 Minuten. Ich kacke hier gleich ab, Alter. Oha! Wie gut! Oh mein Gott! Scheiße! Aber jetzt darf ich den Vorsprung, den ich jetzt geholt habe, nicht direkt wieder ruinieren. Nein! Nein! Oh no! Oh no! Nein! Warum rutscht der da runter? Oh nein! Es beginnt. Ich dachte, der schlimmste Stern ist aus dem Weg. Auf einmal sterbe ich hier. Normalerweise fällt man da auch nicht runter. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Aber okay. Ist das ein aggressiver Gold Split? Aggressiver Gold Split. Aber nur um 6 Sekunden. Holy shit! Okay. Jetzt kommt es drauf an. Rainbow Ride, Alter. Die schlimmste Welt in meinen Augen. So, dieser Jump jetzt. Nein, 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 nein. Der Scheiße, der Scheiße. Oh nein! Ich habe Angst! Ja! Das war so wichtig. Holy shit! Okay, jetzt nicht ausrasten. Der Run ist erst zu Ende, wenn der Run zu Ende ist. Alles gut. Alles gut. Ich dachte, ich bin tot. Ich hasse diese Red Corp. Weil die sind auch so random. Die Entwickler hatten auch gar keinen Bock mehr auf diese Welt, glaube ich. Die dachten sich ja scheiß drauf. Machen wir die einfach hier hin. Aber ist okay, wir haben es. Oh mein Gott. Boah, Juicy. Minus 7 Minuten. Nein, Alter. Dafür, dass der Run so schrecklich gestartet ist. Man sieht es ja noch an den roten Zeilen. Läuft es gerade viel zu gut. Scheiße, ey. Das gibt mir jetzt die nötige Power, um hier noch das letzte Bowser-Level durchzubanken. Come on. Wir gehen jetzt rein, Jungs. Wir eskalieren jetzt in dem Level. Come on, Alter. Okay, die Bowser-Fros jetzt nicht choken. Jetzt nicht choken. Genau so meine ich. Nicht choken. Was ist denn jetzt los? Ach, du Scheiße. Oh, yes. Oh mein Gott. Junge. Alter, ich spiel grad wie ein Bastard. Ich spiel grad wie ein Bastard. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt werd ich langsam nervös. Junge, ich sterbe. Ich schwör, ich mach das hier grad nicht für Content. Ich will das hier selber schaffen, ich schwör. Ja, oder? Was? Ich kann's nicht fassen. Junge, wenn ich den jetzt absolut perfekt mache, dann kann's auch was werden. Yes. Yes, 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 yes. Bitte, bitte, oh mein Gott. Warum? Warum hat er denn jetzt nur so kacke geworfen? Ja, okay, ich glaub, es wird keine 1.15 leider. Ah, schade, schade, schade. Ich meine, das Positive ist, wir haben trotzdem eine PB. So ist es nicht, ne? Lucky to skip bin ich auch zu schlecht für. Aber hab ich auch noch nie so wirklich geübt, muss ich dazu fairerweise sagen. Neuer Run, neues Ich. Digga, ich schaff den nicht. Ich schaff den einfach nicht. Der Run ist es. Ich spür's doch. Ohne Sinn. Ah, das ist ein Juicy Gold Split. Das ist mal wieder ein klassischer Fall von ohne Sinn. Digga, am besten nimmst du noch alle Münzen mit, damit es gleich im Screen noch länger dauert, um weiterzukommen. Perfekt. Ah, der Hauptsache hat nicht runtergefallen. Da hatte ich gerade ehrlich ein bisschen Eier flattern. Junge. Junge, oh mein Gott, ich sterbe. Oh mein Gott, wenn ich jetzt nochmal hinfliege, ne? Gott sei Dank. Holy shit. Stabil. Wie ein junger Gott, ja man. Ah. Oder? Oh doch, 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 doch. Ich dachte, das wird nichts. Okay, okay. Bisschen Zeit verloren habe ich, aber auch kein Wunder, weil ich da reingechokt habe. Ist schon okay. Stabil. Gold Split? No. No. Ich war eine Sekunde zu spät für einen Gold Split. Oh, wow, ey. Oh, Mann. Das ist halt wirklich bad RNG, oder? Oder kann man es irgendwie steuern, wann das explodiert und wann nicht? Oh, Mann. Digga, ich weiß auch nicht, was mein Problem hier jetzt ist. Oh, mein Gott, sogar gestorben. Oh. Ah, das ist ekelhaft. Stabil. Immerhin. Okay. Ja, ich probiere den Trick einmal. Come on. Scheiße, Mann. Der ist nicht so schwer. Ich weiß nicht, warum ich mich damit so schwer tue. Ja, scheiß drauf. Huh, ohne Sinn. Nein. Junge, oh, wenn man diese Ringe nicht am Anfang hinbekommt, dann funktionieren die manchmal nicht. Nein. Nein, warum zählst du nicht? Warum zählst du nicht? Ich verliere Zeit wegen diesen Scheißringen. Oh, Mann, ey. Die Minusse werden immer kleiner. Das ist nicht gut. Oh, so ohne Sinn. Oh, mein Gott. Geht er hoch. Ah, scheiße, ey. Jetzt muss ich den Bowser gleich first tryen mit dem Throw. Und dann haben wir eigentlich wieder eine stabile Zeit. Perfekt. Oh, fuck. Was ist das denn jetzt? Oh, holy shit. Drive-By den Gumba mitgenommen, oder was? Ohne Sinn. Junge. Danke. Und jetzt nicht reinscheißen. Bitte, 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 bitte. Den Schweiß von der Stern. Von der Stern. Wie hat Stern gesagt? Ja, moin. Von der Stirn wischen. Oh, Gold-Split. Ham, du Lila. Okay, okay. Weiter, weiter, weiter. Fuck, Mann. Warum wäre ich hier mal so schnell? Das war arschknapp. Aber ist okay. Alles gut. Wir sind nicht im roten Split. Mario, bitte. Okay, danke. Ich glaub's nicht, Digga. Ja, es wird ein harter... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Immerhin. Immerhin das zeigt die First Trade. Ah, trotzdem. Das wird ein Scheiß-Split. Oder? Wird das rot? Imagine, ich hätte bei dem Jump nicht verkackt. Wir sind noch grün. Wir sind leider wieder im roten Bereich. Aber okay. Rainbow Ride ist unberechenbar. Wenn wir die Welt jetzt zerstören, dann sind wir wieder easy green. Bro. Bro! Hä? Halt mal deinen Scheiß-Maul! Dankeschön. Wenn's jetzt funktioniert, ist noch alles gut. Bro, hör auf. Hör bitte auf. Ist okay. Boah, ich wollte nicht springen, aber ist okay. Solange's klappt. Oh mein Gott, ist das Gold? Ist das Gold, oder? Ah, es wird sehr knapp. Es ist Gold. Es ist Gold. Es ist Gold. Oh mein Gott. Nein, warum hält er sich nicht fest? Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ist okay. Voll okay. Jetzt nur nicht runterfallen, ey. Das wär's jetzt. Ich glaub, das wird wahrlich ein Gold-Split. Warum ist die Kamera so ein Hurensohn? Ich hab den Stick nicht berührt. Habt ihr's gesehen? Auf einmal schwenkt er dann nach links. Ist okay. Nicht den Nerven verlieren, Bro. Nicht den Nerven verlieren, Bro. Ich hatte es doch schon. Ich hatte es doch schon. Oh mein Gott. Ah, es wird ein roter Splitt. Ich kack ab. Wir müssen jetzt richtig tryharden, um hier noch eine PB reinzuballern. Der Vorteil ist, beim letzten Mal hab ich beim Bowser richtig verkackt. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Jetzt einfach nicht choken beim Bowser-Fight. Ja, komm schon weiter einfach so. Einfach weiter so. Wohin? Ja! Oh mein Gott. Ja! Oh mein Gott, das ist eine starke PB. Das war ein starker Bowser-Fight. 1,12. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. Wir haben heute einfach wieder 6 Minuten gut gemacht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es noch hingehen wird. Das war leider für heute der letzte Run. Ansonsten danke fürs Dabeisein. Bis morgen. Ihr seid Ehre-Männer. Ich liebe euch. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.